Das ist Larissa. Larissa ist 25 Jahre alt und lebt mit ihrer dreijährigen Tochter Paula und ihrem neuen Partner Tim in einer kleinen Wohnung in der Stadt. Bereits seit der Geburt von Paula hat Larissa Schwierigkeiten, sich liebevoll um ihre Tochter zu kümmern. Die Mutter und ihr Partner sind mit der Erziehung von Paula überfordert, sodass Paula schon öfter von beiden geschlagen wurde. Larissa findet das nicht bedenklich, da sie in ihrer Kindheit auch Gewalt erfahren hat. Sie ist der Meinung, dass ihr das nicht geschadet habe und deshalb auch Paula die ein oder andere Ohrfeige nicht schaden wird. Das ist Frau Schäfer. Sie ist seit fünf Jahren Sozialarbeiterin beim Jugendamt der Stadt. Vor wenigen Wochen hat sie einen Anruf eines Erziehers erhalten, der Paula im Kindergarten betreut. Er berichtet, dass Paula häufig weint und nun schon mehrmals mit blauen Flecken in den Kindergarten kam. Frau Schäfer überprüft den Fall umgehend und macht sich zusammen mit ihren Kollegen ein Bild von der Familiensituation. Sie kamen zu dem Entschluss, dass hier unter Umständen ein Fall von Kindeswohlgefährdung vorliegen könnte. Frau Schäfer hat nun in ihrer Position verschiedene Handlungsmöglichkeiten zur Hilfe und Kontrolle. Der sicherste Weg, um Paula zu schützen, wäre die zwangsweise räumliche Trennung von Mutter und Kind, etwa durch eine vollstationäre Unterbringung des Kindes in eine Einrichtung der Jugendhilfe. Der Erkenntnistheoretiker Krauss bezeichnet diese Form der Kontrolle als destruktive Macht. Krauss erklärt destruktive Macht mit der Chance zur Reduktion von Möglichkeiten. In unserem Fall bedeutet dies, dass mit Hilfe eines familiengerichtlichen Beschlusses Paula in einem Heim untergebracht werden kann. Larissa ist es dann nicht mehr möglich, Paula zu misshandeln. An diesem Beispiel wird deutlich, dass diese Form der Machtausübung unabhängig von Larissas Wille ist. Eine Zustimmung der Mutter ist nicht notwendig. Frau Schäfer hat jedoch auch noch die Möglichkeit, Larissa Hilfe bei der Erziehung von Paula anzubieten. Diese Form der Unterstützung wird aber nur unter bestimmten Voraussetzungen gewährt. So darf Larissa Paula nicht mehr schlagen und soll sich liebevoll um ihre Tochter kümmern. Frau Schäfer möchte Larissa davon überzeugen, dass die Situation auch für sie Entlastung bringen würde, wenn sie bei der Erziehung von Paula Unterstützung hätte. Krauss spricht in diesem Zusammenhang von instruktiver Macht. Instruktive Macht bedeutet die Chance, das Verhalten und Denken eines anderen zu beeinflussen. Frau Schäfer versucht damit, liebevolles Verhalten von Larissa gegenüber ihrer Tochter herbeizuführen und gewalttätiges Verhalten zu verhindern. Dies ist jedoch nur möglich, wenn Larissa bereit ist, sich auf eine Mitarbeit einzulassen. Dazu werden ihr Leistungen und Sanktionen in Aussicht gestellt. Halten wir fest, soziale Arbeit hat Möglichkeiten instruktiver und destruktiver Macht und Kontrolle. Um destruktive Macht ausüben zu können, muss die Sozialarbeiterin über Durchsetzungsmöglichkeiten verfügen. Zum Beispiel das Wächteramt des Staates. Diese Form der Macht erfordert keine Unterwerfung des Klienten. Sie kann auch gegen seinen Willen und auch gegen Widerstand ausgeübt werden. Bei instruktiver Macht handelt es sich lediglich um ein soziales Konstrukt. Der Klient folgt dabei entgegen seinen eigenen Wünschen, dem Willen der Sozialarbeiterin, da er ihr das nötige Fachwissen zuschreibt. Kann man in der sozialen Arbeit dann noch von Hilfe sprechen, wenn alle Bemühungen der Sozialarbeiterin darauf abzielen, den Klienten zu beeinflussen oder ihn an etwas zu hindern? Leistet soziale Arbeit dann überhaupt Hilfe oder nur unterschiedliche Formen der Kontrolle. Man kann sagen, dass viele Hilfsangebote auch kontrollierende Maßnahmen erfordern. Umgekehrt können mit Kontrolle auch Hilfestellungen gegeben werden. Die Sozialarbeiterin schaut genau hin, welche Anteile ihrer Leistung nun Hilfe oder Kontrolle sind und setzt diese Beobachtung verantwortungsvoll ein. Dennoch bleibt, zumindest im Fall der instruktiven Macht, die Verantwortung der Wahl zwischen den aufgezeigten Alternativen beim Klienten. Vielen Dank! Vielen Dank!